abo simpel gehört uns eine weitere stadt der nubia unserem reich hinzugefügt die frage die sich da stellt ist wollen wir das bis zum ende durchziehen wollen wir tatsächlich alle städte von goldröckchen demnächst unser eigen nennen und sie in die verbannung in das exil schicken eine frage die von euch schon diskutiert wird liebe grüße an euch in den kommentarspalten hinein zu alle euch zuschauern und zuschauerinnen willkommen beim let's play mit den maori bei 6 auf gottheit hier soll man das oder soll man das nicht all die städtchen hier einnehmen mir ruhig klar nur die und sehdinger wollen wir sie dinger vielleicht als einzige stadt lassen darüber wird emsig diskutiert unter euch hauptargument das fällt um meine lust alles einzunehmen und alles zu erobern einzubremsen ist die zwei argumente fallen erstens wb übertreibst nicht nachher denkst du noch du wirst ein gott aber es gibt doch den heiligen bullen und wenn du ehren willst pflege dich in bescheidenheit wobei mir gerade einfällt das argument habe ich noch gar nicht gelesen das denke ich mir gerade aus und die zweite position die vertreten wird wb wenn du tatsächlich den kultursieg holen möchtest und das möchten wir ja und da stehen wir auch schon verflickst gut da so sieht es aus aktuell beim kultursieg dann wäre es ganz hilfreich alle reiche im spiel zu lassen zumindest diejenigen diejenigen die dir kulturell unterlegen sind die schicken nämlich touristen rüber und wenn du ein reich ganz vernichtet hast dann fällst du in dem augenblick ein ticken zurück eben beim kultursieg wie das genau funktioniert weiß ich ehrlich gesagt gar nicht weil es ist dermaßen kompliziert mit diesem kultur und tourismus sieg mit den formeln aber von der tendenz her ich vermute mal ihr habt recht und das stimmt und dann könnte ich könnten wir tatsächlich sagen mehr roi holen wir uns küssen statt klar nur die ebenfalls allein schon damit niemand von euch sagen kann niemand von euch sagen kann wibi wibi du hast gebe barkal nicht geholt ein let's play ohne gebe barkal ist kein wahres denn das ist ja eines von den welt wundern das ihr euch am meisten ersehnt immer bei sedinga wäre das problem wenn wir uns die stadt nicht holen würden würden wir freiwillig auf ankor wat verzichten aber es gibt schlimmeres und auch sonst ein paar schöne fette beuten direkt vor unseren augen eine heilige stätte komplett ausgebaut beispielsweise und dieses entzückende industriegebiet das echt günstig liegt und was alle städtchen hier erreichen könnte und ein lager ei und die frage ist mit wem ist sie denn im kriege das dämmchen gold röckchen mit dschingis khan dschingis khan mit dem barbaren natürlich aktuell nicht mit russland die frage ist ob sie auf dauer die stadt überhaupt halten könnte es geht auch das ist auch eine baustelle um groll und wenn man die letzte stadt eines reiches einnimmt und alles klein macht ich glaube dann gibt es extra groll haben mehrere von euch behauptet und deckt sich auch mit meiner erinnerung an frühere syf partien und vielleicht überlassen wir das irgendeinem anderen konkurrenten der gold röckchen die letzte stadt zu nehmen wir wären ja schon im besitz dieser ursprünglichen hauptstadt auch das sollte uns eigentlich zeitalter punkte geben allerdings auch das komplette auslöschen einer ziv aber naja es gibt viele grunde dafür viele dagegen ich glaube wir versuchen das mal unsere mordlust oder meine eroberungs lust einzubremsen uns nur die beiden städte zu holen und das kleine siddinger zurück zu behalten ich habe so was glaube ich noch nie gemacht öl werden natürlich auch kriegen wem gehört diese dieses feld denn hier das gehört nuri okay noch ein weiteres öl vorkommen das ist auch nicht schlecht wir versuchen es mal ob wir den wb eingebremste bekommen alles klar weiter machen wir brauchen wir dann tatsächlich noch eine dritte bombarde ich denke nicht darüber diskutiert wir lassen wir alles wie es ist und gehen einfach mal auf eine runde weiter und feiern gleich das wahlrecht und damit verbunden die demokratie wir fühlen uns als super fortschrittlich gleich die erfinder der moderne demokratie westlicher prägung sind die maori dieses stück alternative geschichte schreiben wir jetzt mit großer freude und großem stolz da rennen die aposteln und her gleich zwei rennen zurück in die heimat haben anscheinend ein bisschen schiss verstecken sich in lagern usw und in städten wieso soll eine frau anders behandelt werden das frauenwahlrecht wird trotz dieser armseligen guerilla opposition von erfolg gekrönt sein regierungsform freigeschaltet die holen wir uns gleich die demokratie bringt uns fette boni für unsere handelswege zu verbündeten und deren haben wir ja ich glaube alle ich glaube alle handelswege die wir haben führen zu alliierten hin mehr nahrung mehr produktion standardmäßig ohne irgendwelche karten und die allianz punkte steigen bei allen allianzen so dass die stelle eine höhere stufe haben werden und wir können alles ist ja mit gold kaufen wir kaufen ja ständig dinge ein bekommen mit 15 prozent rabatt auf alles das nummer von tiernahrung dann könnten uns diese joker karte holen mehr kampfstärke beim kampf brauchen wir nicht und new deal für viele städte noch viel coolerer wohnraum und annehmlichkeiten geschichten die meisten unserer städte haben doch mittlerweile drei spezialbezirke oder die vielleicht frisch gegründet nicht wir schauen wir gehen erst mal rein in das thema ausrichtung wählen die nächste die wir uns holen ist der profisport in einer runde fertig dann können wir skiorte bauen geht ratzfatz und dann wollen wir jetzt mal die handwerker karte gleich rausnehmen vorher ist die frage ob wir noch handwerker kaufen im augenblick haben wir ja die sehr drin plus zwei bauaktionen gehen erst mal schauen wir schauen es mal überall in die produktion rein und klären das ob wir noch handwerker kaufen wollen hier ist einer frisch entstanden nächste würde drei runden dauern das machen wir nicht was würde uns als nächstes holen hier in kupiscano wollen glaube ich ein weltwunder beenden oder genau und in broadway zwei runde noch dann werden wir ihn haben in freundschaft ist ein handwerker fertig lager haben wir viele wir wollten ursprünglich die waffenkammer bauen damit wir einen militärpionier hier oder woanders kaufen könnten wir haben allerdings glaube ich mittlerweile eine stadt mit einem lager und einer waffenkammer obert von den nubiern uns gemobst seehafen noch mehr nahrung noch mehr gold usw flugplätze sendezentren natürlich wir wollen doch die musikanten bekommen die großen musiker wasserpark nein wohngebiet ja aber wohin ist ganz oben vielleicht noch platz für ein wohngebiet nein das da oben ist jenseits der dreier grenze müssen wir irgendwo hier unten hinstellen und ich weiß nicht wir können auch sagen stadt ist sehr voll kann so bleiben wo wir weitere bürger in die bezirke rein stopfen könnten priorität hat erst einmal der das sendezentrum zum blauen apostel archäologisches museum fertig nächster schritt wäre also der archäologe und der dort stolze sieben runden dann neige ich zum kauf gleich sendezentrum acht runden mittelalterliche mauern ist ein bisschen spät im spiel würden wir nur wegen eines tourismus punktes bringen finde ich nicht zwingend hatten wir uns hier schon überlegt wo eventuell ein industriegebiet hinsetzen wenn dann doch hier oben nähe zu den städten das ist ja weit im unten weil zu weit unten das ist zu weit abseits die industriegebiete gebäude sollen ja in die umliegen städte strahlen das packt man nicht ganz an den rand das macht wenig sinn sendezentrum klar natürlich dauert acht runden klingt lange wäre aber auch sehr teuer zu kaufen eins sieben auch ja auch zwei runden aber können wir auch kaufen geht auch so wir kaufen das ist der bau genau wir kaufen lieber diese geschichtchen mit archäologen mit museen und so weiter und so fort valetta marai abgeschlossen das ist cool nächster schritt kunstmuseum oder archäologisches museum da hatten wir zuletzt auch länger drüber nachgedacht ob wir mittlerweile wieder ein kunstmuseum brauchen könnten und machen es erstmal nicht schiffswerft bringt sechs produktion und ein produktion für jedes feld hier in der nähe was nicht modernisiert ist das gilt glaube ich sogar auch für das naturwunder hier ne für die halong bucht ich denke auch das macht sinn dann geht alles andere viel fixer wir haben hier plus 44 8 da bekommen wir locker mindestens zehn produktionen drauf ich schätze mal ganz grob schiffswerft wird gebaut so und jetzt haben wir noch genug geld übrig um einen archäologen zu kaufen oder um um uns zu sagen hey wir wollen doch irgendwo einen bauarbeiter haben wo brauchen wir welche hier ja bauarbeiter karte bin ich natürlich gewillte demokratie einzuführen mit 15 prozent rabatt bekommen für gold käufer aber dann ist wiederum die karte futsch und schaut mal in sedenga wird rebelliert das ist ja spannend das ist ja interessant laudität schwindet ich wette wegen der kriegsmüdigkeit zufriedenheitsstufe minus sechs ich wette das ist weil die bevölkerung murrt weil der krieg so mies läuft das ist ja krass und dann wen würde die stadt dann fallen nach jetzigem stand weiß man nicht ist spekulatius wenn wir hier noch mehr städte holen potenziell zu uns naja mal mal aber das wäre doch witzig oder die beiden städte hier unten erobern und dann fällt ohne dass uns gegrollt wird hoffe ich mal sedenga über druck an uns das wäre doch cool wobei die russen ja auch stark sind wir gehen da rein nach vor also erst ist die frage wie man brauchen brauchen wir noch einen handwerker hier zwecks reparieren zum wald pflanzen reparieren wald pflanzen also eine hier zu haben wäre nicht schlecht wir kaufen mal direkt hier an ort und stelle ein dann müsste dann sechs aktionen haben genau ähm dann brauchen wir hier nicht zwingend noch einen wobei hier sind viele muddel brauchen wir hier noch einen hier ist doch glaube ich auch einer unterwegs nein hier unten war einer der hat noch wie viele aktionen es sind sechs das ist viel und hier ist einer mit nur zwei könnten oben noch einen uns dazu holen die hatten wir glaube ich eben einen aufgelöst es geht auch um seebäder natürlich und überall seebäder bauen und hier gibt es viele coole felder dafür hier vielleicht ein seebad hin ebene flach wäre eine möglichkeit küstentiefland egal küste geht wir kaufen uns mal hier werden die eventuell gemobst vom feind aber hier einen handwerker zu kaufen macht immer sinn ja dann müsste für den archäologen noch etwas warten wir können uns eh keines weiteren jetzt erlauben im moment handelsposten hier fertig okay dann gehen wir mal vor und gehen in die regierung rein und machen folgendes brauchen wir noch die med achso erst holen wir uns die neue regierung das ist die handelsrepublik ich habe nicht demokratie gesagt hier ist sie genau wir haben die handelsrepublik und wechseln jetzt rüber zur demokratie zwei zeitalterpunkte oder wie der kultivierte zivilisierte zimmer zu sagen pflegt zwei zeit arbeiterpunkte die entdeckung der computertechnologie durch die maori schafft die voraussetzung für weitere entdeckungen im atom zeitalter und lässt goldröckchen einen knicks machen steht auch da oder ich denke ja wenn nicht dann müsste das doch stehen aber wenn man etwas so richtig falsch machen will braucht man einen computer das kommt daher weil wir anscheinend irgendwo einen boost bekommen haben deshalb haben wir das jetzt beschleunigt bekommen das war die forschung die war eingestellt und die haben wir jetzt abrupt bekommen okay das war was anderes ah verstehe drohnen ja natürlich wir können eine drohne bekommen können wir uns holen die erste fliegende einheit das upgrade auf den aufklärungsballon hochwassersperren ja ja entschuldigt damit können wir die vielen stellen die vielen felder in unserem reiche die von hochwasser bedroht wären in zukunft schon mal schützen mit hochwassersperren sind relativ schnell baubar wächst schnell die baukosten je mehr küsten küstentieflandgeländefelder es in einer stadt gibt und variiert auch mit dem meerespiegel das heißt je früher man baut desto preiswerter das feature gibt es ja seit gering storm mit dem steigenden meerespiegel wenn kohldioxid in die atmosphäre freigesetzt wird wird sie erst dann gebaut nachdem einige geländefelder der stadt überschwemmt wurden können diese immer noch vollständig repariert werden aber wenn einmal eins futsch war ein geländefeld untergegangen dann bleibt es futsch wird nicht geplündert wenn die stadt erobert wird gefällt mir alles gut und das ist das entscheidende für uns 25% mehr tourismus überall ab sofort passiver bonus coole geschichte so jetzt wollen wir mal hier weiter drauf los operieren wir checken erstmal die sache mit dem heureka wir checken erstmal die sache mit dem kohlendioxid das klima ist hier bislang noch gar kein klimawandel wir sind so schnell in der forschung und das in der naturwissenschaftlichen forschung so schnell obwohl wir so lahmarschig waren zu beginnen sind wir mittlerweile so weit vorangeschritten oder selber verzichten ja auf kohlekraftwerke bislang dass wir das ist noch gar kein ernstzunehmendes klimaproblem weltweit überhaupt gäbe gegen das wir arbeiten müssten durch hochwassersperren alles gut alles auf null noch ja ihr seht es mal alles noch gar kein problem entwaldung ist natürlich nicht gut so also brauchen wir die veteranenstatuskarte noch des hafenbezirke schneller gehen und deren gebäude mal realistisch gecheckt wie sieht das mit den eroberten städten aus werden ja hafen gebaut ne die haben auch überall ist ja die bevölkerung futsch durch die das reinmarschieren neue bezüge können eh nicht gebaut werden hier entstehen händler aquarium wisst ihr was wir wechseln mal bei einer beliebigen stadt in die mehrfachliste und verschaffen uns mal einen überblick was im augenblick überhaupt im bau ist ob da hafen im augenblick viele ob da viele häfen im augenblick und deren gebäude gebaut werden und ich glaube die frage können wir verneinen ne schiffswerft klar die geht fixer eine schiffswerft zwei schiffswerften soll man für zwei schiffswerften die karte drin haben ne ne machen wir nicht die kann raus die einzige militärkarte hier die wir derzeit haben Seehäfen militärakademie in der renaissance mauern generieren mehr wissenschaft klingt cool aber da hatte ich vor einer zeit mal nachgeschaut das ist nicht so viel bei uns im moment ölressourcen plus eine eine ressource das ist cool denn wir haben im augenblick drei dann müssen das eigentlich sechs sein jetzt sind die von uns nicht modernisiert wir haben keine modernisierung draufstehen aber ich denke es ist gemeint mit diesem etwas wackelig wie üblich wackelig formulierten deutschen text ob die erschlossen worden sind das jetzt zwar modernisiert steht aber erschlossen ist gemeint und wir haben die ja erschlossen dadurch das bezirka auf den drei unsere vorkommen draufstehen also das wäre eine möglichkeit das rüber ziehen was sonst denn noch alles mehr geld unterhaltskosten für einheiten reduziert wo wir nicht wirklich ein geldproblem haben müssen wir einheiten im augenblick upgraden nein können wir auch weglassen kampf siege gegen alte einheiten bringen gold brauchen wir nicht mehr loyalität loyalitätsprobleme haben wir im moment nicht mehr geld durch plündern wir plündern im augenblick kaum brauchen wir auch nicht marine schiffe mehr fortbewegung wenn für alle unsere einheiten eine meiner lieblingskarten die könnten uns holen und die ölkarte wo sind wir mit dem öl wir sind bei 28 bis 100 können wir sammeln wir sammeln nur drei im augenblick lasst uns das um himmels willen machen das ist auf lange sicht das klöchste öl einsammeln ok so jetzt gehen wir hier unten schauen die handwerkerkarte fällt raus die brauchen wir nicht mehr und wir können drei slots befüllen die lassen wir beide drin wir checken erstmal die diplomatie wie die lassen wir drin schaut mal wie sich das wie das akkumuliert im augenblick haben wir durch die wechselbanken bereits handelswege zu verbündeten städten plus zwei nahrung und plus zwei produktion und da kommen jetzt noch mal vier drauf durch die regierungsform wahnsinn wahnsinn die kleinen städte da haben wir ja mehrere die durch viele handelsrouten geboostet werden das zieht wie wie tier an das ist echt glorreich die zweite diplomatie karte die wir uns holen könnten wäre spionagesätzen im augenblick kaum drauf ja kanonenboot diplomatie offene grenzen in allen stadtstaaten plus vier einflusspunkte pro runde auf das verdienen von gesandten aber holla im augenblick haben wir sieben und dadurch werden es dann elf ja das wäre cool das gefällt mir auf spionagesätzen im augenblick nicht so sehr sonst wäre das noch interessant gewesen so jetzt noch eine weitere wirtschaftskarte es bringt noch mehr gold und glauben für alle handelswege das bringt kultur und wissenschaft für internationale handelswege das walten wir im hinterkopf handelszentren haben wir kaum lass uns mal auf annehmlichkeiten gucken annehmlichkeiten brauchen wir das reich ist riesengroß geworden neu im spiel der new deal große städte mit vielen spezialbezirken mindestens drei zwei annehmlichkeiten mehr das ist sehr viel das sollte uns sehr sehr helfen also das könnte ich mir sehr gut vorstellen wunder die schneller produziert werden ja wir setzen viel auf wunder aber wir sind so produktionsstark können wir auch knicken campus bezirke und industriebezirke mit nachbarschaftsboni klingt auch cool ist so eine schöne neue sammelkarte für zwei bezirke aber so sehr haben wir bei beiden bezirkstypen bislang nicht auf und können auch keine großen nachbarschaftsboni überhaupt theaterplätze haben wir sehr viel allerdings auch sehr geringe nachbarschaftsboni das wird in der summe gar nicht so viel sein aber hier die liberalismus noch mehr annehmlichkeiten in alle städte mit mindestens zwei spezialbezirken wir schwimmen dann in annehmlichkeiten und es gibt prozentuale boni aller orten und diese karte gilt auch für die meisten der eroberten städte cool machen wir so ne ich glaube das machen wir so republikanisches vermächtnis bleibt ebenfalls wohnraum und annehmlichkeit ja alles zauberhaft so tun wir das so wird das gemacht und jetzt bin ich verflixt gespannt wie viel geld wir gleich im plus sind im augenblick 786 eben war da irgendwie wie viel stand da 1 1 1 2 wie viel wird es jetzt sein 1110 das ist doch sehr schön und bei unserem stadtstatus alle begeistert das begeistert mich wiederum vorher waren sie alle orten glücklich sind für eine stufe rauf gegangen gold wert überall satte produktionsboni ich glaube nur bei der nahrung nicht ich habe es nicht immer genau im kopf traumhaft sensationell so dann haben wir irgendwo was mit flussüberschwemmungen im ausland wir lesen keine zeitung die erste neue regierungstopf stufen form jahrhunderte der politischen philosophie gipfeln in einem modernen ausdruck in der demokratie der neuen regierungsform der zukunft im reichen der maori weitere drei zeitalter punkte oder ihr wisst wie der kultiviert und zivilisierte zimmer zu sagen pflegt drei zeitarbeiter punkte für uns genau wir haben so viele mehr als wir brauchen das goldene zeitalter ist eh gewiss hier unten seht ihr die anzeige wir haben sogar sechs zu viel ach ein traum weiter wie geht es weiter hochwassersperren bauen ja wäre möglich brauchen wir aber im moment nicht übrigens apropos südsüße hier wenn wir eine brauchen ob wir die sofort brauchen ist eine andere frage ja wie viel öl haben wir mittlerweile immer noch plus drei ja ich hoffe das wird sich gleich aktualisieren ich hoffe die übersetzung hydrolektischer staudamm entsteht ach dann generieren wir auch hier energie dann brauchen wir ja kein ölkraftwerk regierungsplatz wir können ein weiteres gebäude einstellen dahinter kommt das sendezentrum ist das schon angebaut bislang noch nicht das lasse ich mal weg dann könnten wir danach das kriegsministerium die royal society oder das nationalmuseum uns holen vier weitere plätze für große werke klar cool aber holla das wäre für uns schön das wäre für den kultursieg super royal society bezirksprojekten einen bonus zu geben ist sinnvoll wenn man auf den wissenschaftssieg zum beispiel geht dann kann man den beschleunigen das ist jetzt nicht unser ziel und dass wir hier ewig kriegs führen krieg führen auch nicht nationalmuseum stellen wir hier hinten schon mal ein okay das ist die hochwassersperre die sollten wir auch schon mal einstellen wo wird die gebaut welche felder sind das bei uns hier hier droht hochwasser hier allerdings erst ganz spät das sind die weißen sind die die sofort überschwemmt wurden aber noch müssen uns keine sorgen machen trotzdem spricht da nichts dagegen die frühzeitig zu bauen dann sind die noch relativ billig so ein händler weg wiederholen was war der richtung nascar ach so das hatten wir gemacht wegen eines gesandten das wollen wir nicht wiederholen sind im augenblick alle unsere nachbarn versorgt mit wegen zwei drei ja alle sechs die man ansteuern kann sind versorgt dann holen wir uns noch weitere wissenschaftspünktchen oder indem wir versuchen mal suleyman anzapfen das macht glaube ich das meiste sinn gibt wissenschaft und gold wir gucken mal ob das von hier unten aus vielleicht sogar sinn macht thema gold das ist pokrovka bringt bringt viel ja das sind die neuen boni sechs nahrung sieben produktion also wenn wir so hohe nahrungs- und produktionsboni haben dann nehmen wir uns den händler und schicken den zu einem unserer kleinsten städtchen rüber zu einer der neuen die geboostet werden hier treibholz treibholz ganz glasklar rüber in der treibholz städtchen boosten das macht sinn sehr gut sehr sehr gut jetzt wollen wir erstmal wo wir los wetzen und die situation hier vor ort mal anschauen wie sieht es mit ikon aus ich kann scheint nicht ja die osmanen rücken nicht weiter vor die hatten hier zwei schiffchen zwei alte eins ist jetzt hier unten berber corsair eine karavelle dort oben die könnte in die stadt rein aber ikon halte auch aus hat immer noch 140 garnisons gesundheitspunkte so schnell fällt die stadt nicht in drei runden würde sie rebellieren sieht so aus als müssten wir hier nicht eingreifen und als könnten wir ein wenig abwarten und stattdessen können wir jetzt hier weiter vormarschieren wir können auch nur schon ein bisschen beschießen ja einmal vorher frei von hier aus das las damit das noch schneller klappen wird ziehen wir mit dieser bombarde hier vor ich habe das bewusst in dieser reihenfolge gemacht und sagen jetzt werde ein chor weil jetzt haben die zusammen keine bewegung mehr und jetzt hätten wir das umgekehrte rein voll gemacht könnten nicht mehr feuern brauchen wir noch eine bombarde sollen wir noch eine bombarde kaufen das geld haben wir eh nicht vielleicht nächste runde um nur ihn noch schneller runter zu bombardieren könnten wir machen können wir uns überlegen darüber denken wir auch nach in der nächsten folge die ja mache ich ein bisschen kürzer entschuldigt aber ja mir ist jetzt einfach danach und die folge hier wann erscheint die freitag genau an einem freitag samstag an 1800 ab 18 ab 20 uhr live stream und am sonntag ich sage es euch noch mal ein live stream ab 12 uhr der übliche langen sonntag mit wb auf twitch und imagine earth science fiction aufbaustrategie habt ihr bei mir bislang nur einmal mit einem stream gesehen entwickler kommt als gast werden wir gemeinsam streamen ab 15 uhr eingebettet in langen sonntag der jens isen see kommt und wir verlosen wahrscheinlich ach wir verlosen nicht wahrscheinlich wir verlosen etliche keys von dem spiel schaut mal einfach vorbei am sonntag eingebettet in langen sonntag von 12 bis open end transport via 2 eingebettet 15 bis 18 uhr imagine earth mit entwickler bis bald schnitzel schnitzel